In eine fremde Welt, jenseits unserer westlichen Informationsgesellschaft, führt uns der Film Siddharth. Regisseur Ritchi Mehta erzählt die Geschichte des indischen Straßenreichsverschlussreparateurs Mahenda Zaini, der seinen zwölfjährigen Sohn Siddharth für einige Wochen zum Arbeiten in eine andere Stadt schickt. Der festvereinbarte Rückkehrtermin verstreicht und schließlich macht sich der Vater auf die Suche nach dem Sohn. Doch wie meldet man ein Kind vermisst, wenn man sich bewusst ist, etwas Illegales getan zu haben? Wie beschreit man das Kind fremden Personen, wenn man keine Fotografie besitzt? Wie bekommt man heraus, wer oder was Dongri sein könnte, wenn man keinen Zugang zum Internet hat und dazu noch Analphabet ist? Wie kommt man zu all den Orten, an denen vermisste Kinder vermutet werden, wenn man kaum Geld zum Überleben hat? Ein Kind. Was ist der Kind? Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Es war sehr gut, aber es war sehr wichtig. Sie sind sehr stolz, aber es ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist auch so. Wie war der Exakt? Das war zwei Wochen. Was ist der Name? Mahindra Saini. Der Name ist der Mann? Siddharth Kumar Saini. Ich wollte noch etwas fragen, Herr. Mein Name ist Siddharth. Ich hatte ihn für einen Monat. Ich hatte ihn für einen Monat. Ich wollte ihn zurück in Diwali. Ich wusste, dass er nicht aus dem Weg ist, aber er hat ihn nicht erreicht. Sie müssen uns reporten. Herr, 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 Herr. Herr, wir haben gehört, dass diese Kinder alle in Mumbai gehen. Und sie gehen und sie gehen. Und sie gehen. Sie gehen. Sie gehen. Der will er nicht aus. Als Grundlage des Films diente dem Regisseur einer Begebenheit. Ein Riksha-Fahrer in Delhi fragte ihn während der Fahrt, ob er seinen Sohn gesehen hätte. Seit einem Jahr schon sucht ihn der Fahrer auf diesem Weg. Andere Alternativen hatte er nicht. Ritchi Meta recherchierte und fand heraus, dass diese Geschichte bei Leibe kein Einzelfall ist. Jährlich verschwinden in Indien Zehntausende von Kindern, spurlos und für immer. In langsamen, intensiven Bildern nimmt uns der Film mit auf die Reise des Vaters durch Indien. Jenseits von Bollywood, sinnlichen Farben, Düften und Spiritualität. Die möglichen Schicksale verschwundener Kinder werden immer ganz nebensächlich eingebracht und hinterlassen einen bitteren Beigeschmack. Die Trolley Factory. Ja, das wird. Wann wird es öffnen? Jetzt wird es öffnen. Ich will eine Frage. Ich will eine Frage. Ich will. Du kennst dich von Siddharth-Nam. Er war hier in der Faktor. Ich weiß, wie du. Ich weiß. Aber es war mir nicht. Aber wir haben eine Kinder. Achso? Ihr habt einen Schlag von Siddharth-Nam? Ich weiß. Ich würde es öffnen können. Er ist fertig. Das war meine Kindle. Der Film spielt auf vielen Ebenen, so etwa auch mit Erkennen und Vergessen. Wie für den Vater langsam das Bild seines Sohnes verblasst und er sich nicht mehr sicher ist, ob er ein Video erkennen würde, sieht auch der Zuschauer den Darsteller des Siddharth in mehreren Rollen, er kennt ihn aber nicht. Der Film berührt und ist auf jeden Fall sehenswert. Trotz eines deutschen Verleihs ist der Kinostart leider noch ungewiss.